Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, wenn wir über Freiberufler sprechen, dann ist das ein ganzer Katalog von Berufen, die wenig gemeinsam haben, außer dass sie nicht der Gewerbeordnung unterliegen. Das sind zum Beispiel Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder hauptberufliche Sachverständige und Berater, Anwälte und Notare, Ingenieure und Architekten, Ärzte, Heilpraktiker, Krankengymnasten, Hebammen, Wissenschaftler, Journalisten, Übersetzer, Künstler oder Lehrer und Erzieher. So verschieden sie sind, so verschieden ist auch ihre soziale Lage und so verschieden ist die politische Bedeutung oder der Gestaltungsbedarf, den es gibt. Der Anlass für diese Debatte ist nun der Bericht der Bundesregierung zur Lage der freien Berufe. Über die sozialen Unterschiede ist dort wenig zu lesen. Wir wissen allerdings, dass die Zahl der Selbstständigen unter den Freiberuflern seit dem Jahr 2000 von 700.000 auf fast 1,2 Millionen angewachsen ist und wir wissen, dass die größte Gruppe davon fast 300.000 Menschen in freien Kulturberufen arbeiten. Das ist einerseits sehr schön, weil es viel Selbstverwirklichung ermöglicht und weil es unsere Gesellschaft klüger, reicher und lebenswerter macht. Aber leider finden sich gerade diese Berufe ganz am unteren Ende der Einkünfteskala. Freie Journalisten und Pressefotografen zum Beispiel kommen im Schnitt auf ein jährliches Einkommen von 19.000 Euro. Das sind gerade mal 1.580 Euro im Monat. Übersetzer und Dolmetscher kommen auf 18.000 Euro im Jahr. Künstlerische Berufe auf 16.000, wie übrigens auch die Heilpraktiker und freiberufliche Lehrer gar auf magere 15.000 Euro im Schnitt im Jahr. Das sind rund 1.250 Euro im Monat für einen Beruf, der so bedeutsam ist für die Entwicklung und Bildung unserer Kinder und Jugendlichen. Wie soll bei solchen Einkünften fürs Alter vorgesorgt werden oder für Krankheit? Wie soll da gespart werden für Weiterbildung zum Beispiel? Wer kann so ganz ohne Polster Familie gründen und eine gute Lebensperspektive entwickeln? Solche prekären Beschäftigungs- und Einkommensverhältnisse sind nicht akzeptabel. Für die vielen abhängig Beschäftigten nicht mit Liedriglöhnen und befristeten Jobs. Und für die freiberuflich Selbstständigen ist es auch nicht akzeptabel. Es ist ja nicht so, dass alle freiwillig und leichten Herzens in die Selbstständigkeit gegangen sind. Bei der außerschulischen Bildung zum Beispiel sind unheimlich viele Stellen abgebaut worden und durch freie Mitarbeiter ersetzt. Bei Zeitungen, Rundfunk oder Privatsender sind ganz viele outgesourced worden, die früher feste Beschäftigungsverhältnisse hatten. Jetzt werden sie kostensparend für einzelne Aufträge eingekauft und es gibt in diesem Bereich nicht mal feste Honorarsätze. Die Bundesregierung redet in ihrem Bericht davon, dass die freien Berufe Wachstumsmotor der sozialen Marktwirtschaft seien. Aber was ist denn daran sozial? Der Unternehmerwettbewerb, der Unterbietungswettbewerb ist vorprogrammiert für diese Leute, weil die Unternehmen vor allem gegenüber den freien Kreativen allemal am längeren Hebel sitzen, wenn deren Existenz nicht gesichert ist. Diese Leute lassen sie hängen. Dabei machen die großen Unternehmen in der IT- und Werbeindustrie sehr viel Gewinn auf dem Boden, der mit den Ideen und den Experimenten der freien Kreativen bereitet wurde. Sorgen Sie dafür, dass diese Konzerne sich nicht mehr ihrer Steuerpflicht entziehen können. Dann wäre schon sehr viel gewonnen für mehr Gerechtigkeit. Sorgen Sie für ein Urheberrecht, das die Kreativen, die Schöpferischen gegen die Enteignung durch die Internetkonzerne schützt und nicht die Internetnutzer gängelt. Wenn Sie mit den Selbstständigen reden, die nicht gut verdienen, dann ist deren größte Sorge, dass Sie keine soziale Absicherung im Alter haben oder wenn Sie nicht mehr fit sind. Das muss sich ändern. Ihnen ist dieses Thema gerade mal eine halbe Seite wert. Und dann schreiben Sie auch noch, dass viele Freiberufler auf eine Alterssicherung verzichten und werfen Ihnen vor, dass sie nachher der Gemeinschaft sozusagen zur Last fallen. Nochmal in aller Deutlichkeit. Diese Menschen verzichten nicht auf eine Alterssicherung. Sie können sie sich schlicht nicht leisten. Die Linke hat deshalb die solidarische Bürgerversicherung auf die Tagesordnung gesetzt. Es ist sehr gut, dass dieses Konzept in verschiedener Weise von vielen Akteuren inzwischen aufgegriffen wird. Das wäre wirklich eine vernünftige Alternative. Alle Erwerbstätigen, ob selbstständig oder fest oder eingestellt, würden einkommensabhängig Beiträge einzahlen. Und für diejenigen, die das Mindesteinkommen nicht erreichen, muss steuerfinanzierte Sicherheit hergestellt werden. Durch eine solche Einbeziehung würden die Selbstständigen Zugang erhalten zum kompletten Leistungspaket der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherungen. Wir wollen außerdem eine armutsfeste und sanktionsfreie Mindestsicherung haben. Ein Grundeinkommen, das das unwürdige Verarmungsprogramm ersetzt, das heute mit Hartz-IV verbunden ist und das auch die Selbstständigen trifft. Einstweilen allerdings muss die Künstlersozialkasse stabilisiert werden, die für viele derzeit die einzig machbare Versicherung darstellt. Der Bundeszuschuss müsste zumindest von 20 auf 25 Prozent erhöht werden, damit das System nicht kollabiert. Und ein weiterer Problemfall müsste sofort gelöst werden, dass die sogenannten Selbstständigen Zugang zu der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten, und zwar unter allen Umständen, weil viele von den privaten Krankenversicherungsbedingungen schlicht überfordert sind. Zu diesen Problembereichen ist nichts zu lesen in Ihrem Bericht. Stattdessen lassen Sie sich lang und breit über die Verbesserungen für Anwälte, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer aus. Genau diese Gruppen aber sitzen ohnehin am reich gedeckten Tisch und manchmal sogar am Kabinettstisch. Ich erinnere an das wirklich lesenswerte Buch von Werner Rügemer, Die Berater, das inzwischen vergriffen ist, in dem er darstellt, wie ein Netzwerk hochdotierter Berater in sämtlichen Ebenen der öffentlichen Hand agieren und Privatisierungskonzepte verbraten. Das könnten wir uns sparen und stattdessen diejenigen unterstützen, die zum guten Leben der ganzen Gesellschaft beitragen. Zum Beispiel die Hebammen. Ich erinnere, dass 2011 ein großer Aufschrei durch die Presse ging und die Hebammen mit tollen Aktionen auf ihre wirklich prekäre Situation aufmerksam gemacht haben. Diejenigen, die 45 Stunden in der Woche arbeiten, bekommen 33.000 Euro im Jahr. Und sie müssen sehr hohe Haftpflichtversicherungen bezahlen für ihren Beruf. Da fehlen nach wie vor die Lösungen. Sorgen Sie dafür, dass Honorare und Gehälter in dem Bereich auf einem Niveau sind, das der hohen Verantwortung entspricht. Das ist unser Vorschlag. Und ansonsten verlangen wir, dass soziale Sicherheit und gerechte Einkommen für alle garantiert werden, so wie es das Sozialstaatsgebot in unserem Grundgesetz vorsieht. Vielen Dank. Das Wort hat nun Kerstin André für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank.